Ja, heute möchte ich mal mein Danke an Roswitha Ude abgeben. Warum? Weil Roswitha Ude hilft mir seit anderthalb Jahren bei unseren kostenfreien Gesprächsrunden. Wir versilbern das Netz, das 1x1 der Tablet und Smartphone für Menschen 65+. Und Roswitha hat ganz viel Geduld und noch mehr Geduld und ganz viel Geduld, weil das brauchen wir, wenn wir Menschen 65 plus mit in diese digitale Welt nehmen. Und Roswitha macht das wirklich mit sehr viel Wertschätzung und das schätze ich an ihr. Und ich bin total begeistert, dass sie das bei uns ehrenamtlich macht und dafür ein ganz großes Dankeschön.